Glocke liken, teilen und abonnieren Support-Kanal at Zoneo-Podcast-Jungs Gebratenes Soja-Lamm-Kerre Willkommen zum Hören, Rezept, von McDonnell-Podcast, auf Zoneo-Podcast Ostern steht vor der Tür und ich möchte Lamm probieren. Also entschied ich mich für gebratenes Soja-Lamm-Kerre, kombiniert mit gebratenen Birnen, gekochten kleinen Kartoffeln und Frühlingszwiebeln. Es ist faszinierend, nicht wahr? Zutat Für vier Personen Zwei Lamm-Haxen-Nudeln, circa 350 Gramm Zwei Esslöffel Butter oder Margarine Sechs Esslöffel Sirup Drei Esslöffel süße Sojasauce, Ketjeb-Manis Ein Esslöffel Weißweinessig Zwei Esslöffel gerösteter Sesam Sie benötigen außerdem Zwölf Esslöffel kleine Kartoffeln Ein Esslöffel Butter, zum Braten Zwei Frühlingszwiebeln, fein gehackt Das machen Sie Schritt erster Lamm-Karree in Stücke schneiden, indem Sie ein scharfes Messer zwischen die Rippen stecken Auf jedem Schnitzel zwei Lamm-Kotelettes lassen Schritt zweiter erhitzen Sie die Pfanne und fügen Sie den größten Teil der Butter hinzu Wenn es aufhört zu blubbern, ist es heiß genug, um das Fleisch in diese Butterpfanne zu geben Mit Salz und Pfeffer würzen und von beiden Seiten Goldbraunbraten Die Kutelettes auf eine hitzebeständige Schüssel legen Schritt dritter mischen Sie alle Zutaten für die Sause in einem kleinen Topf und bringen Sie sie zum Kochen Wenn die Mischung einlegt, gießen Sie sie über das Fleisch und wenden Sie es Fleisch wieder So werden alle Seiten des Fleisches gut aufgenommen Schritt vierter stellen Sie die Pfanne in das mittlere Fach des Ofens bei 125 Grad Celsius Verwenden Sie ein Bratthermometer und überwachen Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist Ich meine Die niedrigste ist 55 Grad Celsius Im Durchschnitt zwischen 60 und 65 Grad Celsius Das durchschnittliche Plus liegt bei 70 Grad Celsius Gut gemacht ist, 75 Grad Celsius Schritt fünfte Kartoffeln kochen, bis sie weich sind Schritt sechster teilen Sie die Birne in sechs Scheiben und entfernen Sie das Kerngehäuse Die Birnenfadennudeln in einer heißen Pfanne mit der restlichen Butter anbraten, bis sie gerade so weich sind Ein kleiner Tipp, wie man Sesam röstet, ist, den Sesam in eine trockene Pfanne zu geben und bei starker Hitze zu rösten, bis der Sesam eine schöne goldene Farbe annimmt Lammkarekotelettes auf einem großen Teller zusammen mit kleinen gekochten Kartoffeln, gebratenen Birnen und fein geschnittenen Frühlingszwiebeln anrichten Übriges Glatze darüber träufeln Es erwartet Sie ein köstliches Essen mit einem Glas Rotwein Ich freue mich auf das Abendessen und werde es heute Abend genießen Klicken Sie unten auf die Anmeldeschaltfläche Stattdessen umarmst du mich und gibst mir einen Kuss Dankeschön Ich wünsche Ihnen ein köstliches Abendessen Mit freundlichen Grüßen McDonald's Tourneo Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen Mit freundlichen Grüßen